ja warte also ich wollte mich noch mal kurz für 100 abonnenten bedanken jetzt sind es 101 lol und ja ich wollte mich halt einfach voll fett dafür bedanken dass ich jetzt 100 abonnenten erreicht habe was vier monate vor einem monat irgendwie anders aussah oder vor drei wochen ich weiß nicht und ja ich würde einfach Dankeschön sagen und dann demnächst irgendwann wenn ich Zeit finde wird dann auch eine Intro Template von mir selber kommen als 100 abonnenten special also ich warte mich dann auch noch für das banner für andere also für das neue banner bei Vanessa Place bedanken und dass ihr meine Musik Playlist so übertrieben krass hört ja 3277 Aufrufe finde ich nice und ein was noch ich weiß nicht welches Lied ich bei dem Intro Template benutzen soll da könnt ihr mir in die Kommentare schreiben welches ihr so am meisten feiern würdet und das wo am meisten genannt wird oder mit den meisten Likes das nehme ich dann ja also dann würde ich sagen tschüss und tschüss tschüss tschüss